Narangananana, narangananana Guten Morgen Frau Wamslinger Guten Morgen Herr Stockinger, was mögen wir denn? Ein Leberkäse-Ssemen, wie immer Frau Wamslinger zum Mitnehmen! Wir haben aber jetzt was Neues! Frebs! Frebs? Frebs! Ach geh, gibt's doch was auch? Schauen Sie her mit Tomate, Mozzarella, mit Hundfische und Pute und einen leichten Salat. Ist doch was dabei für Sie? Ah nein, ich habe schon richtig gemangert. Da brauche ich schon was gescheites. Was Gescheites? Ja dann, für die gescheiten Männer haben wir ein paar Rische Frebs. Ah. Mit Wurstsalat und Zwiebeln, einem Lieberkäs, mit Weißwurst und Brezenmix, mit Wammerl und einem Fleischpflanzl-Freb. Und der Renner ist unser Unertl-Freb. Der schaut aber gut aus. Den probiere ich gleich einmal. Soll ich ihn einpacken oder probieren Sie ihn gleich? Ah, den probiere ich gleich. Könnten Sie mir den Pitschen gleich aufmachen? Nein, das Zeug da drumherum, das brauche ich nicht. So, Frau Rämslinger, haben wir es wieder für heute. Bis morgen. Pfiat deiner Gott. Pfiat deiner, Herr Stockinger. Jetzt neu. Probieren auch Sie unseren Unertl-Freb in den Geschmacksrichtungen Mülldorfer-Weißbier, Franz Xaver Unlingertl oder Bio-Weiße mit Dinkel. Der ideale Snack für Freunde der gehobenen bayerischen Küche. Oh, das ist meine Brötzeit. der fotografiert sodass mir das Auch es wird laut Er kennt die besten Moves Packt seine Liffen aus Und ich tanzt mit der Dive